Hallo zusammen. In diesem Video zeige ich die Quest Eine Klaue Vesti Andre. Die ist anzunehmen bei Wunas der Geschmächte in Azunas bei den Koordinaten 54, 17. Hierbei muss ich die Welblinge auf alle Mana-Sammlerpilonen in Zarqnav loslassen. Also bestimmt, ah ja hier habe ich den Knopf ohne jegliche Interface Addons und so weiter ist mittig unten. Dann, hier sind schon die Punkte angezeichnet wo ich hin muss. Die fliegen einem nach anscheinend und dann muss ich irgendwas machen. Aha, die machen Schaden auf mich, die Pylone. Ah ja, und die Welblinge machen die kaputt. So. Und noch einer. Ich habe die wieder drauf geschickt. Und der nächste ist kaputt. Ok, der Mob hat mich gesehen. Ah ja, der befindet sich hier. Bisschen schlecht zu sehen. Dann schicke ich wieder meine Welblinge drauf. Die machen den kaputt. Finde ich eine sehr schön gemachte Quest. Also, gefällt mir. Und dann ist noch ein Pylone hier auf der rechten Seite. Ok, hier muss ich mehr Wemops töten. Und das ist der letzte Pylone. Wenn man in seinen Blitzen steht, in seiner Reichweite macht es ein bisschen Schaden. Nicht sonderlich viel, aber man merkt es. Ah ja, wie ihr seht, abzugeben ist dann die Quest durch ein Popup. Auf der rechten Seite und nicht bei einem NPC. Die Klaue wäscht die andere. Äh, eine Klaue wäscht die andere. Ich hoffe, ich konnte jemandem helfen. Und damit verabschiede ich mich. Tschüss.